Die ersten Sturmschäden, schau sich das einer an hier. Da vorne liegen sie. Zwei Meter waren sie knapp schon hoch, die ersten. Ich blende euch mal eben ein Bild davon ein. Tja, und so ist das dann heute. Der Sturm wütet ein bisschen, ich muss mal gucken. Aber ja, können wir knicken hier, guck euch das an. Schneck ist natürlich auch da. Aber ist gebrochen. Und auch hier ist gebrochen. Hier hinten weiß ich nicht genau. Ja, wirklich schade. Schön Sonnenblumen alle hin. Die letzten werde ich noch anbinden müssen. Schade, kam der Wind ein, zwei Tage zu früh. Stürmt aber auch heute ein bisschen. Aber die ersten Knospen hier, könnt ihr gucken, da gehen sie schon auf. Und auch hier oben wollen sie langsam aufgehen. Ich werde sie wohl stützen müssen nun. Und ich finde, das Video kriegt heute mal einen Daumen runter. Ja, sie stehen jetzt wieder. So, von mir aus kann das ganze Video jetzt doch nochmal einen Daumen nach oben kriegen. Eine ist Verlust. Nehmen wir hin, das ist Leergeld. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe hier ein paar Flöcke reingerammt. Und habe das unten einfach hier mit so einem Band festgebunden. So, eine Verlust. So ist das nun mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir schauen uns das Ganze dann mal im nächsten Gartenrundgang an. Was davon noch steht. Ob überhaupt was steht. Ob da irgendwelche von den Pflanzen durchgekommen sind. Bis danni. Ciao. Ciao.